Pssst! Ja, sag mal was! Alex! Pssst! Rapid cartáis! Pssst! Psst! 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 So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zur ersten Folge vom Portal. Heute mit, äh, Beides da drüben. Ping, Pulver. Wo ist deine... Wirklich? Okay. Okay, Blue, beachte die interessante Wahl deines Partners. Was ist eigentlich AG? Ah, wo bin ich hier? Mit dem Ping-Tool könnt ihr eurem Partner auch anzeigen, wo das Portal platziert werden soll. Ach, was ist denn? Was hab ich gemacht? Was ist denn der Portal? Nein. Was muss ich mal das Spiel leiser machen? Blue erhält zuerst ein Portalgerät. Was ich soll jetzt hier was machen? Ja, du musst bei den weißen Dingen F drücken. Da macht die, äh, diese Arm. Orange, Portale funktionieren nur auf weißen, portalfähigen Flächen. Links von dir. Links von mir. Dann musst du gucken, oben oder irgendwo. Ah, okay. Nee. Äh. Ah, okay. Oh. Orange hat nun ein Portalgerät. Endlich. Endlich. Jedes Portalgerät kann zwei eigenständige Portale erzeugen. Erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Okay. Ging schnell. Und jetzt? Wo bist du? Ich bin oben auf diesen Vorsprung. Warte, du musst hier langlaufen. Ich muss hier langlaufen? Ja. Ah, okay. Ja, auch mal, glaube ich. Ah. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das Spiel überhaupt heute spiele. Und das ist ein kleines... Ah, keine Abweichung mitkann. Weil das wird... Das Ping-Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Äh? Ich kann hier ein Portal sitzen. Ach, ich kann hier... Hier meinst du ein Portal setzen. Ja, und dann... Weiß ich nicht, was kannst du dann damit... Muss ich dir jetzt, wenn ich ein Portal machen? Ja, mach mal da noch eins. So, und so. Jetzt kannst du nämlich rüber. Ah, okay. Das wird halt richtig schwer, dann irgendwann mal. Aktivieren. Und was hab ich jetzt hier aktiv... Was passiert hier? Du musst den Würfel da drauf tun. Ach da! Gewichtete Würfel kalibriert. Keine Abweichung erkannt. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Norm. Hä? Warte, du musst den auffahren mit E. Und jetzt, was mache ich jetzt mit dem Ding? Jetzt musst du den... Ach, dort drüber. Nee, warte. Ah, okay, da kann ich mit drüber. Das heißt, ich muss den rüber... Ja. Ah, okay. Warte, dann kann ich doch mal rüber. Ja, jetzt kann ich den... Ach so. Ah, logisch. Ja. Dann was muss ich jetzt so? Ich muss... Ich kann hier rüber gehen. Worüber gehen? Hier hin. Also hier ist eine weiße Wand. Aber ich hab... Wir haben ja aber auch hier was zum... Drüben... Da drüben kannst du auch noch was. Warte, ich geh mal hier rüber. Ach, da oben hast du noch... Ach so. Ach so. Ich kann mir jetzt hier keine Porteilen schießen. Kannst du das... Das da aufmachen. Ja, warte. Ah, okay. Und du schiehst... Warte das. Hm. Jeder durch. Ah. Ich glaubte schon, nie mehr testen zu können. Ich glaub... ... als der erste Roboter die Kalibrierung geschafft. Schluss jetzt. Für die Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Doch weiter mit dem Test. Ja, ich hab noch ne Geste gemacht. Wie lang gehen die Dinge überhaupt? Ah, nö. Tschüssi. Tschüss. Nee, was passiert jetzt? Hä? Ah! Okay. Oh, fuck! Ja, schön zu lachen. Was denn das so bleibt? Die Montageeinheit muss ein Problem haben. Jetzt sind wir hier. Machen wir einige Tests und schauen mal. Guck mal. Guck mal meine Schritte. Uff. Grosenschritt, ey. So, wauwma. Ein cooles Teamaufbau. Äh, Level 1. Die Musik im Hintergrund. Oh, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen zum Teamarbeit erst lernen. Ach so, jetzt kann ich hier noch mit durch, okay. Nee, 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 nee. Ich geh mir wieder. Ich... Doch, du musst... Doch, du musst... Aber was musst du neu setzen? Ja, warte, ich muss... Das ist helle. Nee, das war falsch. Nein, das war richtig. Nein, weil jetzt häng ich nämlich hier drinnen fest. Warte, ich mach dich auf. So, warte mal. Komm, du hast das... Ah, okay. Wie das aussieht. Hallo. Ich find das so geil. Hervorragend. Hervorragend. Wir sind natürliche Spitzenleistungen sind für das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Tammy, geht nur einer in die Geschichte ein. Stellt euch vor, in einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Ich dachte, das sei interessant. Für Gewinner jedenfalls. Ich bin hier drüben. Ja, jetzt hättest du mir das andere gegeben müssen. Ähm. Warte, warte mal, warte mal. Bittmann. Mist, wenn ich jetzt dort was hinschieße, ist ja dein Portal weg. Oder nee, töte dich mal, töte dich mal. Ja, gut, ich sponziere mich hier. Da bist du ja wieder, wie neu. Ah, okay. Jetzt sind wir dahinter. Ah, guck, jetzt müssen wir wo wir sind. Okay. Also jetzt nochmal irgendwas zum Aufmachen. Was macht das Ding? Nee, warte mal, was ist denn das hier? Du musst ja bestimmt hier irgendwas... Ah, wir müssen hier... Guck mal, da oben. Wir müssen die Köpfe irgendwie drücken, oder? Ach, da, da meinst du. Oh, wie ging das? Da. Mhm. Da müssen wir einfach alle Köpfe drücken, oder? Ja, wie kommst du jetzt zu Tore? Ähm, da eins platzieren wir da oben. Okay, warte mal, gleichzeitig, warte mal. Drei, zwei, warte, 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 warte. Es gibt hier auch sowas. Runter, 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 runter. Dann hier. Ach so. Und der muss jetzt hier drauf. Ja. Ah. Ihr batzt wahrhaft als Team zusammen. Dank des einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Ja, das bin ich natürlich. Tschüssi. Sofern Kommunikation, Teamarbeit und gegenseitiger Respekt nicht stets gewährleistet sind, sind diese Tests potenziell tönlich. Angesichts des jährigen Vernauswerbs, wird dies für einen von euch zur echten Herausforderung. Geh mal wieder da, äh, wo du her... Geh mal... Geh mal... Geh mal... Geh mal wieder da, äh, wo du her... Geh mal wieder da, äh, wo du her... Ach, da hinten. Warte, du bist mit... Du musst ein Portal vielleicht sitzen. Ja, das ist einfach. Du musst einfach hier... Dein Ziel machen. Ja, warte mal. Jetzt muss ich nämlich hier und... Hier. Voll. Das war's schon? Ja. Aber hier hinten ist noch viel, geh hinten jetzt weiter. Und wir haben da einen Knopf. Äh, geht er weg. Ah, okay, ich hab's gesehen. Hab's gesehen. Ja, warte. Warte mal... Warte mal, ich geh mal kurz... Warte mal... Sollen wir die töten? Sollen wir die... Töten? Komm mal das Ding runter, da kann ich die töten mit dem Laser... Er geht ja da durch, so... was soll das? Monster! Die gehören zu uns! Achso! Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. Okay. Das will ich mal ausprobieren, was passiert. Jetzt nehme ich sogar fast oben im Festgang. Wie kommen wir jetzt eigentlich hier hoch? Warte. Ich muss erstmal hier rüberkommen. Na, was musst du da machen? Achso. Wir müssen da wieder hin leuchten. Nee, nicht ganz. Warte, wir gehen nochmal. Oh ja, der passt durch. Lass mich mal kurz mitgucken. Aber wir müssen ja beide irgendwie... Ja, aber ich freu mich grad wohin. Ich weiß es, ich weiß es. Da und da oben. Nee, hier. Du kannst doch durchschießen. Ah. Aber du musst... Nee, du musst beides machen. Nee, das geht mir nicht. Also muss ich... Ja, ich muss alles erstens mal den da. Nee, warte. Du musst... Du musst beides schießen. Hier irgendwie... Ah nee, geh mal da weg. Kann man nochmal zurück. Dann Sicherheit. Ja, mach doch. Ja, aber du musst nämlich auch das andere hier noch schließen. Ja, äh... Hattest du noch irgendwo so ne weiße Ding? Hinter dir. Jetzt macht's Sinn. Mal deins nochmal da hin. Mal wohin. Da hin, ja. Halt, nee. Warte, warte. Halt, da war doch grad was. Wir sind doch richtig. Lassen. Jetzt muss ich mir mal kurz genauer angucken, wie wir... Du schießt da rein, da... Achso, ja. Okay, gut. Die Bekanntgabe individueller Ergebnisse würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Ja, für dich natürlich. Geweiter zur nächsten Testkammer. Au, 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 au... Das ist weh! AAAAAA! Hi. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber das gefällt mir nicht. Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit, es nicht zu tun zu watscheln, sollte der Test in ein Fritzfeld aufschlagen. einmal was passierten muss dadurch oder ich muss dadurch passiert hier ach das geht runter okay warte warte ich geh rein muss mir dann sagen ich muss selber gucken also kann jetzt kannst du durchgehen hatte so ist ganz es geht das geht noch da gibt es aber eins noch mit die durch gerade drach nehmen und musst aber hier wo jetzt hier ja warte 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 ja genau jetzt muss da runter stopp 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 noch mal hoch ja na ach du ja geradeaus durch da stehen bleiben da rein an die shop ja das ist ja glaube ich wieder zurück er musste auch das ist ja gar nicht mal so scheiße ist recht einfach so und jetzt musst du wieder jetzt nochmal zurück laufen aber was ist wenn ich den jetzt hier nehme ich nehme ich dir nochmal eh genau hallo meiner maaa wenn ich wirst du mit dem hehehehe ach so hier ähm hat sie gibt mal da oben ja ja ich hab es gesehen es scheint nur so als würde ich eure leistungen nur mit kollaborationspunkten bewerten tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne aspekt in euer endergebnis ein hallo jetzt du hast zum beispiel eben zwei chancen hinweispunkte eingebüßt hä hm ich wiederhole dies ist kein wettbewerb aber wenn es das wäre dann würde blue gewinnen ist aber keiner fick dich sooo hier drüben musst du ich 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 das auf immer keine ahme also hier drüben ist was ähm ah du bist gestorben hä also irgendwo muss da drüben glaube ich ein portal hinsetzen hä ich ich weiss wie man das dort dann was den den Punkt den Punkt hier ja bl so jetzt kannst du es hier portal war portal 1 scheiße wird das ding und das ding drunter ok ich müsste jetzt so trüben an schließen weißt du da drüben und dann geht das hoch und das geht runter er geht auch hoch weiß was ich meine genau vielleicht so vielleicht wieder unten ich setze um ich sitze um pass auf müsste hier eigentlich was hoch kommt gleich oder auch nicht weil es ging nämlich freunds runter wo ich das berührt habe oder macht mal das in der mittel genau es geht geht aber das an der anderen seite weg er gibt drüben runter geht drauf so und jetzt musst du nämlich drüben irgendwie ein paar teilen setzen da muss ich genau jetzt muss ich hier drüben und kann drüber laufen mensch die dinge kannst auch schieben so und jetzt komme ich rüber anspringendes portal einer maß so genauer ausführen müssen das teamarbeit ein konzept ist bei dem mindestens zwei mit dem ziel zusammenarbeiten nicht völlig zu versagen warum wir haben doch nie versagt was soll das manche test sind nicht auf das labor beschränkt der nächste test ist so gänzlich anders ich kann ich meine ich will euch nicht einmal sagen was ihr sucht wenn ihr es findet wisst ihr es ok leute da wir haben wir schon mal die aufgabe für nächstes mal wird sagen wenn ich da ganz gut gefallen hat gibt nur um mich ein noch unten schaut natürlich auch bei weit vorbei der macht immer wieder geilere videos ja aber das ist wirklich rausgebracht na wie gesagt bis zum nächsten mal sagt er immer so weit uns der